Was geht Leute? Mein Name ist Danny Justin! Willkommen back zu einem neuen Video und wir spielen wir... Achso! Uuuuh! Uuuuh! Ganz böses Spiel! Tut mir leid! Yo! Okay! Aragami! Ich hab dir die Chance gelassen! Ich werd das Intro nicht neu anfangen! Oh nein! 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 Oh! Wow! Es leckt! Im Halbschatten der Wälder! Oh! Sniper! Nein! Oh nein! Ein Bogenschütze! Oh! Ja! Ist doch dasselbe oder nicht! Damit wir das sehen! Ist das zur Visualisierung! Ich benutze komplizierte Worte! Ey Schneidi! Du bist ein Schlauer! Ich wurde gesehen! Kann ich mich doch töten? Hallo! Ich werde Glocken läuten! Komm! Wenn er auf mich rennt! Teleportierst du dich hinterhin! Obwohl er wird gleich einen Schlag machen! Oh mein Gott! Er hat Alarm gerufen! Ist das gut oder schlecht? Das ist schlecht! Oh mein Gott! Ich bin tot! Ich bin so tot! Ich bin auch tot! Er hat beide mit einem Schlag getötet! Der Double Kill! Wie wurden wir denn bitte gesehen? Wie sollen wir das überhaupt machen? So! Dücken! 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 Aber sieht uns das einfach nicht? Hat der keine anderen Hobbys? Der aimt da den ganzen Tag irgendwo auf eine Stelle? Der steht da einfach nur und macht gar nicht! Du bist im Licht! Ich hab's grad gesehen ey! Wir müssen die töten! Ist mir egal ob das Sniper mich jetzt sieht! Oh Gott! Ist der behindert? Er hat uns nicht gesehen! Er hat Dings da gerufen! Merkt man leicht! Oh mein Gott du bist tot! Ich hab ihn! Oben ist der Sniper der schießt auf uns! Ich hab ihn! Wir müssen einfach hier drunter gehen! Der kann uns nicht töten! Wo drunter? Also von unten kann er uns nicht töten! Aber vielleicht muss ich wieder durch! Ne wir müssen ihn töten glaube ich! Wir können ja nicht durch! Wir müssen ihn töten! Ach wir müssen auch oben wahrscheinlich! Ach da gibt's noch oben! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Wo warte mal! Wo bist du denn? Ich hab ihn getötet meine ich! Du kannst dich hoch teleportieren! Hä? Was ist das da auf dem? Was leuchtet da? Kannst du jetzt da durch? Ach hier ist was! Ja! Drücke F! Oh shit! Was hast du bekommen? Ich hab was kaputt gemacht! Jetzt können wir weiterlaufen! Ah! Warte ich muss da unten! Wie komm ich da unten? Von dem du springst? Okay ich sehs! Ey da ist ein Reh! What? Digga ein Reh zu übertreiben! Ne mit dem Reh legen wir uns nicht an! Ich weiß es nicht! Mit dem Reh legen wir uns nicht an! Können wir das Ding irgendwie kaputt holen? Keine! Wir haben Schwert! Wir können uns teleportieren! Oh! Wir können uns einfach durch teleportieren durch alles eigentlich oder? Ich habe das Gefühl wir wollen gesehen oder? Ne wollen wir nicht! Nicht durch geschlossene Sachen! Oh! Das sieht schwer aus! Das sieht echt nicht schwer aus! Das sieht geil aus! Das sieht krank aus! Drück mal C! Es gibt zwei Ziele! Oh ich habe Glocken ausversehen aktiviert! Ups! Wollen wir den für 58 Meter! 54 Meter nehmen? Weil ich habe das Gefühl! Auch wenn die Zahl dort höher ist! Das ist der Sand ist! Aber ich glaube wir brauchen sowieso beide von daher! Oh mein Gott! Ich habe mich aufgepasst! Alter! Nein! Tut er ihn! Tut er ihn! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Hä? Ich bin schon längst tot! Bei mir bist du ihm gerade viel später umgekippt! I don't know! I don't know! Aber du bist... Es tut mir leid! Ich liebe dich! Pass auf! Links! Links! Hä? Der hat mich eben gerade überrascht! Du machst voll die Panik! Warte! Willst du ihn töten? Der ist tot! Nein! Gut! Respekt! Ich glaube jemand hat dich gesehen! Aber... Warte! Ey! Hier ist ein Teich! Da darfst du nicht drüber runterfallen! Oh mein Gott! Ich bin gerade einfach nur in der Mitte des Schlachtfeldes! Ich bin bei dem Ziel! Ich hab's! Was? Ja! Dann geht er rein! Ich muss es zerstören! Aber hier sind zwei Wachen vor! Oh shit! Okay! Der eine hat ein Fragezeichen! Der hat mich also leicht gesehen! Aber er weiß nicht, dass ich hier bin! Ja! Ich muss die beide weg aimen! Aber ich weiß nicht wie! Warte! Ich tote ihn! Er sieht mich, oder? Oh nein! Sie sind im zweiten! Ich könnte... Wenn er sich ganz kurz umdrehen! Er sagt jetzt hier ist nichts lol! Aber oben drüber ist ein Bogenschützer! Hä? Moment mal! Er hat mich nicht getötet! Er hat sein Schwert gezogen! Schwingt schon zu mir und tötet mich aber nicht! Okay! Das ist Fail! Das ist so Fail, Alter! Ich hab das erste Ziel kaputt gemacht! Oh mein Gott! Nein! Scheiße! Ich hab ein Problem! Ich hab ne Glocke gemacht! Scheiße bin ich dumm! Ja! Er hat ne Glocke gemacht! Er hat... Nein! Ich bin tot! Mann! Ich bin so durcheinander! Ich weiß gar nicht wo... Wo bist du überhaupt? Ich hab das erste Ziel kaputt gemacht! Aber der Bogenschützer geht mir grad ein bisschen auf den Piepern! Dieses Level sieht schwer aus! Um mal ganz ehrlich zu sein! Es sieht wirklich richtig schwer aus! Ich kann ja nicht lang leider! Du musst vorsichtig bleiben! Wow! Respekt! Respekt für den Teleport! Dankeschön! Ich seh den Bogenschützer! Oh Gott! Das war knapp! Wo willst du lang aber? Wie lang kann denn ein Aim? Wo willst du lang? Zum Ziel ist es noch 18 Meter! Versuchen wir einfach durch zu sein! Einfach so! Nein! Ich muss das jetzt zerstören und das braucht jetzt zwei Sekunden oder so! Und guck dir mal die Wachen an! Überleg dir ganz genau was du tun willst! Kann ich nicht anders sein! Vielleicht solltest du mal die erste Wache töten die da hinten ist! Warte ich überleg grad! Guck mal wie arm auf die Pfeile laufen! Ich glaub der eine Bogenschützer schießt die ganze Zeit auf mich! Der eine? Der schießt! Der schießt dich auf dich! Der schießt woanders denn die ich gerade! Der ist einfach runtergefallen lol! Ducken vielleicht? Wie war's damit? Ob das eine gute Idee ist? Ich weiß nicht! Du bist los! Oh nein! Aber ich wollte dass du wieder lebst mein Freund! Achso ja! Ich verstehe schon! Wollen wir nicht lieber zusammenbleiben? Ja wir müssen erstmal das eine Ziel und danach das zweite Ziel machen! Genau! Ich denke auch! Aber ich glaub du läufst grad in die falsche Richtung! Oh tut mir leid! Ich weiß nicht wieso du das immer machst aber du willst es immer! Hör zu! Ich mach das aus Versehen ok? Nein! Es ist wirklich aus Versehen! Du verstehst das nicht ok? Ey ich finde es so scheiße dass man hier nicht springen kann! Es tut mir leid! Ich finde es schon wieder scheiße! Aber ich denke das ist mit Absicht so gemacht weil... Ja ist doch mit Absicht so! Aber ich will die ganze Zeit Leerzeichen drücken weißt du? Zwingen einzuprogrammieren ist gar nicht mal so schwer! Das sind zwei Stück! Ja klar wollten wir es nicht haben aber ich bin halt so ein Typ ich mag springen einfach! Komm hier rüber direkt! Verstehe! Hier! Oh mein Gott! Bogenschütze! Bogenschütze! Er sieht uns! Dahinten ist das erste Ding! Aber hier sind drei Wachen! Und ich hab's verkackt aber ich hab's geschafft! Wir müssen wegrennen! Das ist zu hart! Ich hab's kaputt gemacht das Ziel schon! Was? Ja! Respekt! Du bist echt schnell! Wo ist das denn? Der Bogenschütze! Wir müssen oben lang! Ich guck mal C! Da 41! Oh mein Gott! Ich hab mich direkt vor ihm teleportiert! Oh mein Gott! Die sehen aus wie Lappen die Bogenschütze! Ja die sind voll kacke Alter! Vor allem die können im Nahkampf eigentlich kaum was tun! Das ist das zweite Ziel! Ich sehe es! Das war oben! Achso ok! F ne? Ja F! Einfach zerstören! Nice hab ich! Jetzt drückt C und dann können wir gucken wo wir rauskommen! Oh mein Gott! 105 Meter! Du warst falsch! Was? Wo ist das Ziel denn? Hinter dir da oben! Ja Digga! Wie soll ich da hinkommen bitte? Wie soll ich da hinkommen? Du musst unten lang irgendwie! Ja ich muss unten lang! Warte mal ein Ziel ist da! Bitte setz mich nicht unter Druck! Okay danke! Nur das Lenkrad ist das richtige Ziel! Ja das ist ich sehe nur ein Ziel gerade! Und ich glaube ich muss sie warte geht es da nicht unten lang! Ist da Wasser? Nein hier ist kein Wasser! Okay! Ich repotiere mich mal hier hin! Ich glaube das könnte das Ziel ja hier! Okay ich dann mal da lang ich dann da lang! Ich weiß nicht wohin ich renne gerade! Oh du bist da! Oh nice! Was ist das für eine Puppe? Jo! Verlasse den Bereich! Okay wir haben es geschafft! Oh wieder eine Puppe von ihr als die klein war bestimmt oder? Oder sie als Puppe! What the fuck! Oh ist das eine Voodoo Puppe von der Schlampe? Ja wie schon! Nein das ist ihre Lieblingspuppe siehst du doch! Hab ich doch gesagt! Ich wusste das! Aber wieso hat sie eine Puppe die aussieht wie sie? Ist das nicht gruselig? Ja wie schon! Das ist meine geliebte Puppe! Das einzige Erinnerungsstück an meine Mutter! Sie hat die Puppe für mich gemacht! Sie ist ein Abbild einer alten Heldin des Clans meiner Mutter! Der Shirokizu! Sie hat mich immer zum Weihnachten weitermachen getrieben! Egal wann und wo! Selbst in all den Jahren! Die ich an diesem Ort verbracht habe! Du hast hier gelebt? Leider ja! Nach dem Angriff habe ich mich nicht zurück in die Stadt getraut! Sie hat mich dort vielleicht erwartet! Ich konnte nirgendwo anders hin! Ich war sicher nie wieder jemandem vertrauen zu können! Sei mit der Puppe vorsichtig! Versprochen! Ja Miko! Ja! Diese Talismale! Warum werden sie so streng bewacht? Du meinst du meintest die KIO hätte dich mit ihrer Hilfe eingesperrt! Ich habe jetzt schon Dutzende Wachen! Aber erst zwei Talismane gesehen! Warum stellen sie so viele Männer dafür ab? Ich habe gar keinen Bock mehr zu lesen! Ich hasse das Lesen! Ja wir können doch abwechseln! Ja okay nicht du! Okay! Wenn du lesen kannst! Weißt du ich stand der Kaiserin sehr nahe! Ich war bei ihr als Kahio Angriff! Sie ist stark! Viele haben sie für eine Göttin gehalten! So mächtig war sie! Oh ich muss weiter drücken! Du bist dran! Eine Göttin? Ja! Erinnerst du dich dass ich dir von den anderen erzählt habe die hier mit mir gefangen sind? Die Kaiserin ist eine von ihnen! Oh du willst echt? Ich versuche so weiblich zu reden! Okay! Die KIO hat sie bei ihrem Angriff unterstützt! Ihre Anführer... Was unterschätzt? Achso! Ihre Anführer müssten diese schmutzige Talisman-Magie benutzen um den Tempel zu versiegeln! Und jetzt bewachen sie hier alles! Aus Angst dass sich jemand befreien konnte! Die kriegen wieder so viel Fly in die Kommentare dass wir nicht lesen können! Sie können die Kaisern damals nicht vernichten! Das wäre jetzt genau mein Pass gewesen! Aber sie suchen seitdem nach Möglichkeiten das nachzuholen! Das ist nur einer der Gründe warum wir uns beeilen müssen! Wir haben jetzt Charaktere gewechselt! Du hast recht! Wir haben schon genug Zeit verpleppert! Okay! Fick dich! Ich lese den Mann, du liest die Frau! Die Frau geht mehr! Wenn du Spaß am Lesen hast dann gerne! Ich habe keinen Spaß am Lesen! Ich auch nicht! Ey hier ist... Aber wir haben einen Punkt glaube ich oder? Wo ist der Punkt? Wir haben keine neue Fähigkeit! Wir haben eigentlich voll wenig Fähigkeiten bis jetzt freigeschaltet! Ja wir sind doch erst am Anfang! Da warte! Ich meine... Ach hier oben ist das Ziel! Was? Was? Wie sind wir erst am Anfang? Das verstehe ich nicht! Naja gut! Egal! Okay! Äh... Ist das Ziel? Oh wir können uns teleportieren einfach! Anscheinend... Ich will da nicht runterfallen! Oh mein Gott! Nein! Ich habe keinen Bock hier drauf! Oh wow! Was ist hier? Hier ist ein Schrein! Hier können wir speichern! Nice! Speicher! 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 Ich kann nicht speichern! Du kannst speichern! Wie? Hä? Ich habe den Schrein geöffnet! Hi! Ich weiß nicht wie! Ah! Da hinten! 86 Meter! Wo sind die Gegner? 87 Meter! Wow! Jetzt übertreibst du deine Lage! Kann jetzt sein dass wir da was zerstören müssen? Könnte sein oder? Äh... Ich... Ja das kann... Nein! Ich glaube nicht! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Kannst du irgendwo klingeln? Wenn du weg von mir bist dann kann ich laufen! Soll ich klingeln? Klingel mal! Ich weiß nicht was es bringt genau! Dann lockt es die Gegner an dich! Ich klingel gesagt! Okay! Jetzt gucken wir jetzt in deine Richtung! Ja! Und jetzt kann ich hier hinten den einen amorten! Die... Die gucken nicht nur in meine Richtung, sondern die gehen auch in meine Richtung! Ja! Das konnte ich in einem amorten! Ich habe es gesehen! Ich kriege auch Punkte dafür dass du tötest! Ich weiß! Du kriegst immer 100 Punkte! Ja voll geil eigentlich! Oh! Drei Stück an einem Ort! Oh! Der eine hat Alarm ausgelöst! Das war der Bogenschütze! Oh mein Gott! Ich habe einen ermordet! Aber ich denke ich könnte sterben! Ich denke ich werde sterben! Denkst du? Ja ich muss warten bis er ausgeholt hat! Das ist gefährlich gerade für mich! Der Bogenschütze ist so retarded! Oh mein Gott! Ich habe ihn so geflaxt! Ich habe ihn so geflaxt! Ich habe ihn so geflaxt! Bist du tot? Nein! Ich stehe hier! Ich komme! Ich werde beschossen! Kann sein dass die wirklich retarded sind? Ja du bist so richtig retarded! Okay ich laufe ich laufe! Sind wir aber richtig? Warte! Ich finde nicht dass wir richtig sind! Wir sind laufend so behindert! Oh! Da ist jemand! Da ist jemand! Wir müssen da rein! Ach siehst du da hinten? Der Bogenschütze! Ich habe einen Bogenschützen! Ey siehst du das leuchtende Ding da um? Ja! Ah! Wir müssen irgendwo in der Hauptfestung in der Mitte rein! Warte da genau unter mir! Kommst du hier her mal? Das sind genau zwei Stück! Warte! Warte! Ich sehe sie! Ich aktiviere mal die Glocken! Die haben jetzt beide ihre Schwerter gezogen! Danke dass die Glocken... Denkst du das war eine schlaue Idee? Nein! Ich wollte sie gerade noch mal aktivieren! Ah! Der eine geht jetzt doch! Das war eigentlich eine schlaue Idee! Die sind beide noch hier bei mir! Oh mein Gott! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Sehr schön! Sehr schön! Ich habe reagiert als du was gemacht hast! Ja ich habe... Wenn du die rechte Maus das ja loslässt, teleportierst du dich! Ich wollte ja eigentlich nur aimen! Da ist jemand der schaut aber nicht hierher! 27 Meter in die Richtung! Guck mal oben leuchtet doch sowas! Ja wir müssen da hin! Aber da können wir nicht rein! Verstehst du? Doch! Weil die Bubble da drum ist! Das ist doch diese Bubble die uns nirgendwo durchgehen lässt! Diese Wände! Ach so! Da müssen wir aber dieses eine andere Teil stören! Ja genau! Und 18 Meter! Um da hinzukommen! Ach so! Das wird uns also gezeigt! Genau! Danach können wir das da... Deaktiviere nicht gerade! Wenn du C drückst, steht da auch deaktiviere die Lichtbarriere! Das sind zwei Leute! Das sind zwei Leute! Ja warte ich habe gerade eingetürtet! Wie jetzt? Aber kein von denen die ich sehe! Nein nein nein! Wow! Okay! Warte ich schon mal... Ich nimm mal C! Da oben! Ja da müssen wir... Okay okay! Ich nehme den Hintergrund und du nimmst die Vorderung! Warte! Warte! Man kann sich da nicht... Da komm! Okay! Wow! Ey ich habe überlebt! Ich auch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Von hinten! Von hinten! What the fuck! Alter ich habe ihn! Ich habe ihn! Leiche gefunden! Ich habe was gefunden! Was hast du gefunden? Ich habe nichts... Ich bin tot! Ich konnte einen Fähigkeitspunkt aufheben! Ey wir sind zu dumm! Weißt du wieso? Wir haben einen Fähigkeitspunkt! Wir konnten von hinten einfach reinschleifen! Ey! Ach du bist doch da ne? Bitte beende das! Du kannst es schaffen! Ja aber das Ding ist glaube ich über uns! Ach hier kann man hochgehen! Ja ja! Okay! Was ist da? Ich habe keine Ahnung! Aber wir haben einen Fähigkeitspunkt! Ich guck mal was wir haben! Warte ich habe Angst! Kuroso markiert dein Ziel! Er und behält den Standort jederzeit im Auge! Oh hier ist ein Schrein! Du lebst wieder! Oh jetzt wenn wir einen Gegner sehen ne? Oh seh ich! Oh danke! Danke man! Jedes Mal jetzt ne? Wenn wir einen Gegner sehen wird er markiert! Und wir sehen ihn die ganze Zeit glaube ich! Ich habe nämlich nur eine Fähigkeit verhindern! Ey wir können einfach hier oder? Ne das geht nicht! Wir kommen da nicht raus! Wir müssen die Treppe nehmen! Lass die Treppe nehmen! Ja weil ja auch zu viel Licht ist! Ja ja genau! Wir können uns hinten einfach rausschleichen! Wir müssen gar nicht den normalen Ausgang nehmen! Oh mein Gott! Oh! Der hat uns überrascht! Warte ich geh nochmal kurz zum Schrein! Was? Wie bin ich gestorben? Der hat uns beide getötet mit einem Schlag! Aber wir spawnen wieder hier! Das spielt ja keine Rolle! Ja es ist gar kein Unterschied! Ne 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 ne! Jetzt laufen wir runter und werden nochmal sterben durch den Motherfucker! Ich werde ihm jetzt so in die Fresse springen ne? Ja okay! Ich habe einen Fähigkeitspunkt hier aufgesammelt! So! Den habe ich hier! Nein komm hier! Komm auf die andere Seite! Ja okay ich bin auf dem Weg! Alles gut! Bam! Nice! Siehst du? Alles gut! So wir müssen jetzt da... Warte wo müssen wir hier? Wieso leuchtet die Bubble da immer noch? Okay ich laufe jetzt einfach hoch! Mir scheißegal! Ja ich versuche es auch! Aber ich glaube das ist nicht die beste Idee die wir jemals hatten oder? Egal ich glaube einfach durch! Ich weiß nicht wie ich die Fähigkeitspunkte skill am Ende! Ich glaube einfach durch! Ich habe den nicht... Hä? Ich bin dann... Ey man kann doch nicht durch! Man kann doch nicht durch! Scheiße! Ja aber das ist doch das Ziel oder? Ja natürlich! Ach nein! Lass die Brücke! Hä? Wir kommen da aber nicht so schnell durch! Was soll denn? Oh man! Ist hier unten drunter vielleicht eine Kugel? Hier unten drunter genau! Oh nein! Wo ist die Kugel? Genau das müssen wir herausfinden! Da müsste uns doch ein Ziel angezeigt werden oder? Eigentlich schon! Da wird 29 Meter angezeigt! Siehst du das? Da! Ist es das hier vielleicht? Ich glaube ich... Ich bin hier bei der Brücke jetzt! Hast du's? Nein! Aber wie soll ich die Brücke herunterlassen? Hä? Ich renne da lang! Ich renne da lang! Ich werde visiert! Ich werde visiert! Oh mein Gott! Komme ich da hoch? Nein komme ich nicht! Oder? Ach da müssen wir vielleicht... Da gibt's ja noch ein Ziel! Was? Was meinst du? Ach nein! Das ist das Schrein! Oh! Ich dachte das wäre das Ziel! Wo ist das? Das ist ein Bogenschutz! Ich werde ihn jetzt töten! Nice! Ja ich weiß! Der Typ nervt! Der nervt extrem mich! Ich weiß wirklich nicht wo wir lang sollen! Ich auch gerade nicht! Ich bin tot! Ja ich habe keine Ahnung wo ich lang soll! Sogar nicht! Hä? Wir kommen da nicht an der... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay die Motherfucker werde ich töten! Ich zeig dir jetzt mal! Die sind fies! Zeig dir jetzt mal den schnellsten Combat der Welt! Okay! Okay! Hat echt geil geklappt Snyli! Ey dankeschön! Dankeschön! Wie sollen wir da runter? Lass die Brücke herab! Ey hier ist... Guck mal! Ich habe sie gefunden! Was? Es war genau hier! Hey das Ding habe ich doch eben gerade schon zerstört! Es war genau hier! Ja aber die Kugel habe ich eben gerade schon zerstört! Jetzt ist es... Ach ja wir sind dazwischen gestorben! Ohhhh! Hier unten sind wir doch dazwischen gestorben! What? Ja! Dein Ernst? Wir sind doch gestorben als wir runtergegangen sind! Alter jetzt können wir einfach durchrennen! Ja! Alter ist das blöd! Ja wir sind dazwischen doch gestorben! Ich kann mir gar nicht vorstellen dass wir so dumm sind! Nein nein! Ich meine du natürlich! Nein! Ja wenn dann nicht! Ja genau! Was ist das für ein Bogenschütz? Was will der? Ich laufe ich laufe ich laufe! Okay! Gestell zum Ziel! Was ist da? Ich lass die Zugbrücke herunter! Jetzt können wir da runter! Okay mit F machst du gut! Jetzt müssen wir einfach hier runter! Ja! Wir können dann hier durch das Gitter durch! Irgendwie nicht! Doch kann ich! Ich bin eben gerade auch durch das Gitter durchgekommen! Echt? Ja wir müssen uns noch kurz aufladen! Achso ich bin da! Hä? Ja! Achso ich bin! What the fuck! Wie geil ist das denn? So! Nice! Yay! Wir haben es geschafft! High five oder nicht? High five! High five! Nein Trump ist Präsident also nein! Okay! Okay! Schade! Oh! Das war es glaube ich mit dem Kapitel! Glaubst du? Ja ich glaube schon! Ja! Das war das Kapitel! Nice! Okay! Ich bin echt stolz! 18 Minuten 10 Sekunden haben wir gebraucht! Das war echt gut! Ja das war gut! Das war gut! Wir haben halt einen ziemlich unnötigen Fehler gemacht! Der ziemlich viel Zeit gekostet hat! Ja das stimmt! Außerdem haben wir viele Fehler gemacht! Aber okay! Willst du noch was sagen? Ne! Man kann halt kein Spiel beim ersten Mal! Perfekt! Kann man so oder so nicht! Aber Leute erwarten das immer! Ja ich wirklich! Ich weine Tag und Nacht! Weil Leute immer von mir erwarten, dass ich super bin! Bin ich auch! Aber okay! Wie auch immer! Das war's mit dem Video bewertlich vergessen! Und ich sehe dich im nächsten Video wieder! Ciao! ARD Text im Auftrag von Funk reference. Spания im Auftrag von Funk Bis zum nächsten Mal.